Und wieder mal kommt die EU mit dem ganz großen Hammer. Arbeitszeiten müssen künftig erfasst werden. Von allen für alles. Mal eben ein Blick aufs Smartphone, mal eben eine SMS an den Chef, mal kurz eine WhatsApp in die Kollegengruppe. Geht zwar immer noch, muss aber alles dokumentiert werden. Ausgewertet und den Mitarbeitern mitgeteilt. Ist doch super, sagen viele. Dann gibt es künftig nicht mehr so viele Überstunden. Unbezahlte. Was aber, wenn ich das gar nicht will? Wenn Geben und Nehmen zum Unternehmen gehören? Oder sogar Vertrauen? Und der Blick auf die Mails mir mindestens so wichtig ist wie meinem Boss? Was die EU-Richter wollen, ist klar. Was sie bekommen, nicht. In jedem Fall wieder mehr Bürokratie. Für große Konzerne machbar, für kleine und mittlere Unternehmen ein Wahnsinn. Für Start-ups der Horror. Viele schimpfen jetzt über die Richter. Dabei legen die nur altes EU-Recht aus. Etwa die Arbeitszeitrichtlinie von 2003. Arbeit muss in die Zeit passen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Life-Work-Balance. Hohe Autonomie. Alles gute Ziele. Gleichzeitig müssen wir aber im Wettbewerb noch bestehen. Weltweit. Gegen China, gegen Indien, gegen die USA. Dafür braucht es Flexibilität. Mit dem jetzigen Urteil ist das schlicht und einfach nicht machbar. Planen, gegen die USA.